Wie hat es eigentlich bei uns im Studio gefallen? Gut, aber was war es? Es war sehr cool und hat mir gefallen. Gut. Birgit, was steht denn diese Woche noch auf dem Programm? Ja, diese Woche geniessen wir es nur, dass der Philipp bei uns im Kindergarten ist. Er ist eine wirkliche Bereicherung. Ich bin mir sicher, wir werden noch einiges über den Film hören, spielerisch erlernen. Und dann vielleicht sehen wir uns am Wochenende beim Adventbasar in Wengle. Der findet nämlich am Samstag, den 23. ab 14 Uhr im Wiedum statt. Herzliche Einladung an alle. Sehr gut. Ja, ich bedanke mich auch für euren Besuch bei uns im Studio. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat denk. Tschüss. Tschüss.